Ja, und damit willkommen zurück zu Apokalypses Abenteuer in der Welt von Ruins and Riches. Ja, komischerweise, wir sind ja halbnackt, was ist denn hier passiert? Ähm, ja, man hat doch eventuell schon gehört, dass ich von dieser komischen mystischen Tiefseeperle gesprochen habe. Ja, und diese Tiefseeperle, ähm, die kann man nur als Meister oder Großmeister, ähm, ja, Schmied oder Feinschmied verwenden. Das Problem an der Sache ist nur folgendes, äh, sind wir nicht. Aber wir haben ja jemanden, wir kennen ja jemanden. Und, ähm, deswegen ist alles super. Und ich sehe gerade, dass sie, äh, ja, für das Artefakt gilt das nicht. Scheiße. Ähm, tja. Also zwei Dinge. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall, das wird mal getestet. Ähm, und das geht halt nur auf Schmuck. Nicht auf Trinket, nicht auf Rüstung, nicht auf Hosen, die wir jetzt tragen. Unsere guten haben wir bekommen, wir haben den Mad God Guard platt gemacht. Den Etarian. Superhosen, die uns jetzt super schnell angreifen lassen. Nochmal zusätzlich 15% der Schwingen spielt. Bisschen Glück, bisschen nach sich, bisschen plus 10. Äh, zwar schon vorher drauf. Resisting Spurs plus 10. Das ist nicht schlecht. Ähm, ja. Und ich sehe, äh, wie Sie sehen, sehen Sie nichts drunter. Was ist denn jetzt los? Ja, ich habe mal die Rüstung entfernt. Ähm, diese Topaz-Rüstung, diesen Plattenpanzer, den habe ich jetzt einfach mal weg. Und mal sehe und staune, wir haben Werte von 3, 3, 3, 3, 3, 3. Alles 33. Tja, ist das ein Zeichen? Weiß ich nicht. Sehr merkwürdig, was? Ähm, auf jeden Fall lauter 33er-Werte momentan. Heißt, wir müssen mal gucken, wie wir das denn machen. Weil mit der Hose konnten wir ja keine, naja, keine, keine, wie heißt das denn? Keine, kein Plattenpanzer, keine Leggings mehr tragen, keine, ne? Was auch immer, Leggings. Das ist aber eher was für Damen. Na gut, Sage-Rope. So, Sage müssen wir nicht auch. Denn wir selber können das, glaube ich, nicht identifizieren, das Ding, oder? Ich versuche es nochmal, spaßhalber. Ich habe keine Ahnung, was das hier wieder ist. Oh, ich kriege das sogar hin. Can't seem to identify. Da brauchen wir den Identifikationshut. Moment, Moment, Halt, Stopp. Ja, und irgendjemand hat hier Kuchen gebacken. Äh, gebackenen Früchtekuchen. Da hat wohl jemand, ähm, da hat wohl jemand, äh, trainiert, heimlich, fleißig, wie auch immer. Ja, sauber. Leckeren, wie Status, achso, eat. Ja, ja, leckerer, selbstgebackener Früchtekuchen. Der geht, wird gebaut, mit, äh, mitgebaut, ja. Ja, ich glaube, mit, ähm, mit Birne ist der. Es gibt Apple Pie, da gibt es den Peach Cobbler, das ist dann mit Pfirsich. Apple Pie natürlich mit Apfel. Und das ist dann genau mit, äh, mit was noch übrig ist, Birne. Kann man alles vom Baum pflücken, da kann man sich da was draus backen. Und hier ist die Sache so beim Cooking, das ist ein bisschen merkwürdig, ich kenne das ganz anders. Ähm, der Fertigkeitswert fängt quasi bei Null an und geht bis 100, wie immer. Das ist auch genau die Wahrscheinlichkeit, mit denen Dinge gelingen. Ja, und wie trainiert man das? Man kann diesen komischen, man kann die Felder ernten. Und das kann man dann natürlich wieder zu so Säcken von, von Mehl machen. Und diese Mehlsäcke, die werden dann, wenn man sie benutzt, wird das aufgeschnitten. Ich habe schon gefragt, wo kriege ich denn das her? Ich habe da nur Säcke von Mehl, wo kriege ich denn das ganz normale Mehl her? Muss ich diesen komischen Siebdinger benutzen? Ne, ne, das sind einfach nur die Werkzeuge, genau wie so eine Bratpfanne oder so ein Rolling Pen. Wie heißt die Dinger? Äh, ein Nudelholz. Damit macht man einfach nur Dinge. So, das heißt, was macht man? Man knallt sich die Hütte voll mit Glas, mit diesen Glaspitchern hier, mit diesen, mit diesen Glaskrügen. Macht die mit Wasser voll. Stellt sich am besten beim Bäcker hin und, äh, nehmen so eine komische Bäcker-Wassertonne. Ne, die steht da nämlich ganz gerne rum, wie ein Moon zum Beispiel. Ja, und was man da macht, ist, man macht einfach Teig. Ohne Ende Teig. Das heißt, man hat da, macht das Feld leer und hat dann den ganzen Sack voll mit, ähm, ja, Säcken voll Mehl. Und das Wasser wird ständig aufgebraucht und das füllt man währenddessen immer wieder auf. Und, ähm, da macht man alles voller Teig erstmal. Und dann nimmt man den Teig und, äh, bereitet dann das hier vor. Mit einem jeweiligen, ja, Apfel oder Birne oder was auch immer. Und dann hat man das alles im Rucksack. Und dann wird das quasi dann gebacken. So, und gerade auch, wenn man den ganzen Teig macht, da kann man dann, was weiß ich mal, ein paar Hundert davon machen. Ähm, das sind halt die ganzen Prozente, die es aufsteigt. Und wo es anfängt bei, ja, ja, man trainiert sich das hier auf 30 Prozent. Dann hat man, oder 20 Prozent von mir aus, hat man 20-prozentige Chance, dass das gelingt. Und natürlich möchte man nichts hier backen, bevor es nicht hohe Werte hat, weil es uns ja alles verschwendet. Man läuft ja durch den Wald und pflückt da überall die ganzen, ähm, Wälder leer. Deswegen macht man das ganz einfach so, indem man hier die, ähm, erstmal den Teig macht. Weil das ist einfach, ne? Wasser ist in der Tonne endlos und, äh, die Felder sind reichlich bestückt für hunderte von diesen Säcken. Und dann hat man schon mal ein stabiles, äh, Maß von 50, 60, 70. Und dann fängt man an, die Sachen mal zu verarbeiten. Ja, und bis dahin ist vielleicht das Feld wieder neu gewachsen, kann man nochmal einen Rundgang machen. Und so kriegt man das in mühseliger Kleinarbeit hin. Das Problem ist dann eher die, naja, dass man eben nicht genug Werkzeug hat, weil das müsste man schon selber machen, dass man hier die Außergewöhnlichen bekommt mit 150 oder was auch immer Nutzungen und so. Aber hat man vielleicht nicht zur Hand, aber ist egal. Gut, das auf jeden Fall hierzu. Man hat also hier feinsten Kuchen für uns gebacken. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ja, hab da noch mal die ganzen Werte wieder angeglichen, weil ich das schwachsinnig finde, dass ich eine einzelne Münze für was bekomme, wo ich dann selber was backe. In drei oder vier Schritten plus noch in der Gegend rumlaufen. Da krieg ich dann eine Münze. Die Preise mal hochgetrimmt. Die Sachen kosten jetzt vielleicht auch mehr im Laden, aber man kriegt auf jeden Fall ein paar mehr. So zwei bis vier sind da schon, schon mal drin. Naja, eine Münze fand ich ein bisschen hart. Ehrlich gesagt. Gut, es gibt auch noch anderes zu tun. Und zwar Dinge. Zum Beispiel haben wir einen Schlüssel bekommen. Wo ist die Queste? Ja, so habe ich mich immer in der Welt des Backens versucht. Ah, genau. Einhorn. Stimmt, da kommen wir jetzt in den Turm da im Norden. Wollen wir doch gleich mal schauen. Aber vorher natürlich, wie gesagt... Ach, und wir brauchen was zu trinken, habe ich gerade gesehen. Ja, ja. Müssen wir doch mal beim Dings vorbeischauen. Beim... Ach, guck mal, das wiegt nur eins. Dann laden wir uns mal die Taschen voll mit dem Zeug, oder? Extra so schön angeordnet. Ah, die duften bestimmt noch ganz fein. Also wir müssen zum... Halt... Ich habe doch gerade gesagt, ich wollte schauen, ob ich das nicht identifiziert bekomme. Hatten wir nicht so einen Identifizierungshut? Doch, da. Stärke weg. Identifizierung an. Das ist Lockpicking, bitte. Wo ist denn unser Identifizierungshut? Ach, den habe ich mir schon weggegeben. Ach ja, Altkleidersammlung war doch... Ach, Göttchen. Haben wir denn sonst irgendwas zum Identifizieren? Oder ist alles... Haben wir alles in die Hühnern gegeben? Haben wir denn irgendwo einen Sack voll? Hier vielleicht? Da vielleicht? Tracking? Bowcraft? Scheiße. Okay, dann müssen wir es mal so versuchen. Wieso habe ich das denn nicht identifiziert? Das verstehe ich nicht ganz. Okay, und jetzt geht's. Trinket. Physical Resist. Ah, okay. Ich dachte, hier hätten wir irgendwie so einen ganz, ganz krassen Gegenstand gefunden. Und dabei ist das nur Müll. Du lachst doof. Ah, gut. Verständlich. Gut. Dann wollen wir mal. Halt, wir haben keinen Hut. Jetzt habe ich den Hut. Ja, ja. Hat er gesagt. Halt, das haben wir im anderen Sack untergebracht. So, ist fein. Stärke. Warum haben wir das an? Nur wegen Stärke. Physische Resistenz. Und schwingt schneller. Na gut. Und hier haben wir neun komischen Resisting Spells. Stimmt. Was haben wir jetzt für Werte für Resist? Boah, gleich neunzig. Ja, leck mich am Kittel. Das ist sehr gut. Der Rest, wie gesagt, auf 33 durchgehend von mir aus. Also wir tragen keine Rüstung. Ja, können wir mal gucken. Vielleicht, ähm... Hm. Ob man da sich was mit Kette schnappt? Zur Abwechslung. Zuerst dann brauchen wir auf jeden Fall die Kuh. Guten Tag. Können wir die direkt komplett leer saufen? Bleiben Sie bitte stehen. So. This cannot be marked now. Wieso? Okay. Geht's noch weitere? Wo haben wir auch noch was? Geht's da auch noch ne... ne Kuh? Ja, da ist ne Kuh. Kuh und Schaf. So, bleiben Sie stehen. Jawohl. You fill the container with the milk. Sehr gut. Die gute... Die gute Vollmilch. Aus dem vollen... Vollen Glas. Äh. Beziehungsweise... Nicht Glas. So, was wollten wir noch? Genau, wir wollten noch Rüstung gucken. Aber das machen wir dann im Gelände. Wenn wir irgendwas finden oder auch nicht. Und das ist ja totaler Quatsch. Das wird irgendwann bei Zeiten verhökert. Das muss man sich sinnvoller gestalten. Hier ist wieder alles... Alles zugemüllt. So, Knüppel. Fernkampf ist auch am Start. Wir haben noch fast 200 Pfeile. Das reicht erstmal. So. Hier... Für hatten wir doch den Schlüssel, oder? Oh. Ja, das ist Quillerians... Oder wie auch immer Turm. Aha. You step through the gate. Steinelement. Das ist jetzt nicht so das Problem. Ach so, wieder Kampfmusik ist an. Aber ist gar nicht mal schlecht. Also, man haucht dunkler. Das ist ein bisschen arg hell. Macefighting 100. Ha! Ja, sauber. Damit ist das auch... Vom... Tisch. Macefighting ist real auf 100. Sehr gut. Total real ist es. Alles klar. Ja. Nehmen wir. Komische Fackel. Tactics plus eins. Ja, ja. Gut. Damit sind wir also... Was ist denn das hier? Ist das ein Pentagramm? Das ist ein seltsamer... Ein seltsamer Ort. Oh, eventuell muss ich da wieder die... Ja. Ja, wir finden momentan nichts. Das macht aber nichts. Meins. Schauen. Okay. Nicht plus eins. So. Ach, ein Spinnchen. Komm weg mit dir. Ach, kann's ja noch werden. Jetzt sind wir GM. Jetzt haben wir keine Ausreden mehr. Oh. Übeles Gift. Was ist denn das? A cube from the Pixie Grasslands. Alchemie plus zwölf. Boah. Reflect Physical Damage elf. Okay. Oh, jetzt muss ich darauf achten. Wir haben... Wir haben keine... Regeneration mehr. Fünf nur noch. Statt zwanzig oder fünfundzwanzig. Ja, da muss man ein bisschen drauf achten jetzt. Ja, 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 ja. Ähm. Was war noch mal... Was ist das hier noch gleich? Ist das denn da so eine Totenmaske? Ist das aber nicht, oder? Was ist das? Rare Lich Bone. Reflect Physical Damage zwei Prozent. Physical Resist fünf. Ja, hätten wir zumindest eine Panzerung. Energieresistenz hätten wir dann. Was ist das eigentlich, was wir haben? Gibt nur Stärke, ne? Macht es schneller. Drei. Panzerung. Drei Prozent. Ja. Und Kälte. Ne. Das nehmen wir nicht. Schon wieder so ein komischer Kristall. Aber ich glaube nicht der Kristall, oder? Ui. So ein Zorn im Nahkampf. Na? Harter Schlag. Ja, ich will auch mal was schauen, wenn wir denn... Wenn wir einen Dings bekommen. Einen schweren... Eine schwere Armbrust. Da müssen wir mal ganz kurz schauen, ob die Sachen, die ich ausgesucht habe... Oh. Ob die sich lohnen. Ich habe nämlich Sachen verändert, und zwar... Natürlich ist der Standard. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Ich habe die... Ich habe die, ähm... Die Werte, beziehungsweise die Spezialattacken mal geändert. Denn ich finde, eine Armbrust muss durchschlagen. Und dass die, äh... Was weiß ich... Beim Bewegen irgendwas macht... Das finde ich für... Halte ich für ziemlich einen Schwachsinn. Dieser Standard. So mit Bewegungs... Geschichten. Während ich laufe, kann ich dann zaubern. Ja, Wahnsinn. Okay, das war beides Schrott. Beziehungsweise... War beides was anderes. Das ist jetzt gar nicht so schlecht. Nehmen wir mal mit. Alchemie 12. Passt. Da möchte ich mal ein paar auf Small. Achso, da ist ja... Da ist ja auch noch was. Remove Trap. So. Bitte ein harter Schlag. Und da sind die P2B Trapped. Alles klar. Komm, Einschlag. Ne, die Chance zu treffen ist irgendwie... Gegeben. Aber wir treffen nur so... Nur so bedingt. So halbwegs. So, jetzt haben wir keine Rüstung an. Da könnten wir eigentlich... Ah, die geht wieder nicht. Die Scheiße hier. Physical Resist. Chainmail. Wieso kann ich das denn auch nicht tragen? Aber ich... Hä? Ich kann keine... Keine Kette kann ich anziehen. Warum das denn? Container kann das auch... Ach Gott, hab ich es wieder dem... dem Köcher gegeben? Ne, ne? So, jetzt haben wir die... Wieso kann ich das nicht anziehen? Also entweder dieses komische Royal... Damage Increase... 18%. Das ist falsch. Wir sind immer noch bei 100. Ey, das ist doch... Das ist doch nicht normal. Ich kann das nicht tragen. Weil wir den Armor of Insight tragen. Verdammt. Mana Regeneration. Mana 15 erhöht. Intelligenz. Mana Kosten reduziert. Ah, ja. Jetzt weiß ich, warum ich das hier nicht tragen kann. Resistenz physisch. 8. 11. Okay. Und die Hose kann man nicht anziehen. Aus... Ja, geben im Anlass. Das kennen wir ja. Und ein Halsband. Da haben wir ein Amulett. Ein Amulett, das uns Remove Trap gibt. Ja, von mir aus. Das wäre das Einzige, was wir noch... ...drüberziehen können. Ringmail. Jetzt kann ich es doch auf einmal... Ist egal. So ein bisschen bessere Rüstung physisch. Nichts gravierendes. Okay, und wieso ist das hier so komisch eingefärbt? Was mag es sein? Wir haben zwar einen Kilt, glaube ich, an, aber nicht so richtig. Dann halt nicht. Doch, ich will das jetzt wissen. Komm schon. Und das ist ein... Mana Regeneration, Stamm in der Regeneration. Ja, wir sind viel Mana-Zeug. Irgendwelche Flaschen. Komm, nimm mit. Wird einfach mitgenommen. Gut, weiter jetzt. Ah, weitere Kisten. Das brauchen wir ganz dringend. Successfully Harmless. Sehr schön. Ja, irgendwelche... ...komischen Roben. Reptilienzeug. Kennen wir alles. Hundertfach gesehen. Das sind... Oh, Bolzen, die können wir brauchen. Kommen. Die kommen dann doch mit. Gut. Ersten winzig kleinen Raum... ...gelöst. Mein Gott, wie viel hundert gibt es denn hier? Stein. Passt. Ja, und wie gesagt, die Armbrust-Geschichten, die sind jetzt durchschlagend. Rüstungsdurchschlagend auf den niedrigeren Level oder überhaupt. Hab da ein bisschen ausgetauscht. Ein Wehrbär. Was? Was? Okay, da haut er aber ganz schön... ...haut er aber ganz schön rein, so. So, ich muss ruhig mal bluten. So, das Bluten bei uns hat aufgehört. Bei ihm fängt es gerade erst an. Ja, und weg bist du. Tja, jetzt könnte das natürlich wieder was Gutes sein. Das ist das Problem. Wieso hat der denn... Achso, weil wer? Klar ist ja ein Mensch. ...sozusagen. Provocation... ...evalent... ...evalent... ...kann man... ...kann man gebrauchen. Komm schon, komm schon, komm schon. Und das ist... ...Bagging und Majory. Majory ist nicht schlecht. Begging eher... ...naja. Naja. Oh Gott, was ist das? Beholder. Und ich habe nicht mal... ...volle Energie gerade. Das ist jetzt nicht so geil. Also bluten lassen. Was ist das hier? Magie. Was haben denn diese komischen Kugeln? Oh, so wie tot? Jürgen? Ähm... Okay. Einfach... ...einfach mal... ...umgeboxt. Oh, der Garten. Ach ja, die Ranken. Die haben es teilweise ja in sich, ne? Das mal ganz kurz entfernen. So, wir müssen uns mal hier... ...zurückziehen. Und wer auch immer durchkommt... ...kriegt aufs Maul. Oh, wir sind... ...wir sind gleich... ...derjenige, der aufs Maul kriegt. Boah, komplett vergessen. Also ohne Rüstung ist das echt wieder ein anderer Schnack. Vielleicht sollten wir das mit dem Nahkampf mal ganz kurz sein lassen. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Das wäre ungünstig geworden. Und mehr von den Ranken. Die finde ich super. Die nehme ich mit. Nämlich alle... ...alle nehme ich sie mit. Vielleicht wäre die andere... ...wähl wäre die andere doch besser. Haben wir denn überhaupt Pfeile? So ganz grundsätzlich mal gefragt. Ja, ne? Mach mal das mal so rum. Denn hier haben wir... ...stillstehen. Superschlag. Ja, vielleicht machen wir damit mehr... ...können wir damit mehr ausrichten. Vielleicht bräuchten wir irgendwas, was... ...was eher schneidet. So, Feuer. Okay. Erstmal nicht. Nee. Hier sind die auf einmal so krass. Macht noch weniger Schaden. Okay. Eine Wunde, eine tödliche. Bitte bleiben Sie stehen. Und heilt sich aber... ...passiv hoch. Ich hätte das gedacht, dass das der eigentliche Endgegner hier ist. So mal, gibt's das? Stumpfe Waffen sind hier genauso gut wie Pfeil und Bogen, schätze ich mal. Da müssen wir... ...dass wir mit Feuer und Flamme ran. Aber mit Feuer kann man nicht dienen. Jetzt wäre natürlich so eine Waffe ganz günstig. ...irgendwie so ein... ...hundertprozent... ...Feuerschaden. So was Selbstgemachtes. Aber wir haben ja kein Holz. So, stehen bleiben. Jetzt nochmal mit dem Mortal Wound. Jetzt haut's ab. Nee, du hast da. Okay. Oh, mal andere Vines. Sehr schön. Und das hier. Keine Ahnung. Doch, den Dreck nehmen wir mal mit. Wir haben ja noch... ...so einen Auftrag. Naja. Und ich hab mir das jetzt mal als... ...wie soll ich sagen... ...als... ...Heimprojekt irgendwie gegeben. Jemandem... ...hab ich das in die Tasche gesteckt. Das heißt, mehrfach... ...Feuchtigkeit da drauf geknallt. ...und dann... ...ja... ...fortan... ...ist jetzt erstmal Abwarten angesagt. Jetzt trägt er quasi so feuchte... ...feuchte... ...Erzkübel mit sich rum. Der Walking Undead macht das nämlich, ne? Klar. Okay. Das war ein harter Kampf. Gegen komische Ranken. Hätte ich nicht gedacht. Und fast krepiert. Ungünstig. Ich muss echt mal aufpassen. Ich trage keine Rüstung mehr. Ah, you don't see how. Jaja. Der Klassiker. Wieso ist denn das hier so krass? Und vorher durch diesen... ...Dungion hier mit den ganzen Humanoiden... ...dass man einfach so durchmarschiert... ...als gäbe es kein Morgen. Jaja. Wehrbärchen. Ausdauer weg. Komm schon. Ja, das wiederum sitzt. Aber frag mich wie. Ja, das Problem ist halt... ...das ist kein regulärer. Das ist ja ein Artefakt. Deswegen wird es davon... ...nicht beeinflusst. Und weil es natürlich auch schon... ...mehrfach... ...wie auch immer... ...bearbeitet wurde. Naja. Nicht zumachen. Den Rucksack auflassen. Wieso geht das nicht rein? Ach, weil es zu viele sind. Komm, dann kommen sie direkt in den Müll. Machen wir gar nicht lang rum. Steinelementar. Ja. Ein Schuss. Sogar wie Dote. Da brauchen wir doch nicht mal die... ...die komischen... ...diesen Elementarvernichter... ...die wir ja sonst immer hatten. Schmuck. Schmuck. Den einen Bolzen lassen wir mal drin. Geschenkt. Ach, sehr schön. The Bettler. The Bettler. Wo wir doch gerade das Bagging-Zeug... ...aufgesammelt haben. Aha. Endora. Natürlich. Ein Weibchen. Was da trinken? Uns geht es aber gut, ne? Essungstechnisch. Aber sehr gut. Wir haben wieder Platz... ...für einen weiteren gebackenen Kuchen. Das... ...das lohnt sich. So, Musik an. Musik aus. Zepter. Das habe ich auch mal ausprobiert. Ähm... Das braucht als Munition... ...diese... ...Fernkampf-Zepter. Sie brauchen als Munition... ...diese komischen... ...diese... ...mage-Eyes. Diese komischen... ...weißen... ...viereckigen... ...was auch immer. Edelsteine oder was das sind. Gladiator. Ja, komm. Ausdauer weg. Ist wahrscheinlich nicht so... ...ausdauertechnisch ein bisschen... ...im Hintertreffen wollen... ...durch die schwere Rüstung. So was wie Burden müsste es geben. Dass es die Stärke abzieht. Dann werden sie schön festgetackert... ...und wir könnten dann... ...schön... ...den Gegner bearbeiten. Ein normaler Knüppel... ...nö. Nee, nee. Okay. Ein Arcana-Zirkel. Da gehen wir erstmal nicht rein. Auch wieder ein Beholder. Jetzt mal mit... ...mit Fernkampf... ...den Beholder wegklatschen. Halt, wenn wir schon mal hier sind. Dread Spider. Okay. Ein Ober. Stein... ...oh, Steingigant. Ungünstig. Himmelaus. Was ist denn das für ein Riesenvieh? Kommt der durch die Tür? Ich glaube nämlich nicht. Das würde mich wundern. Und natürlich kommt er da durch. Oh, oh. Jetzt haben wir keine Rüstung mehr. Das heißt, das haut wahrscheinlich ganz gut rein. Ja, super. Der Schaden ist gut. Und sein Schaden ist schlecht. Ach, guck mal. Wie so eine... Wie so eine römische... Ja, wie so ein Riese halt. Obwohl, die sind ja alle irgendwie von der Optik her so eingestellt. Genau wie die... ...wiese Kriegsriesen... ...oder Kriegstitanen. Die sehen auch alle so... ...entsprechend aus. Ja, ich muss hier öfter mal einen Knopf drücken. Damit hier was passiert. So. Was ist... Was ist das? Was bist du? Nicht vermint. Hm. Crossbow Bowls können wir benutzen. Hat es neue Informationen? Nee. Standard-Informationen. Ich glaube, da kommt auch nicht mehr so viel, oder? Ich lasse es mal wieder. Ich lasse es mal sein. Eine irgendwie geartete Maske. Sie tut... Animal Lore. Enhanced Potion? Ja, für so einen... ...Alchemisten. Schrägstrich... Er ist ein Druiden halt. Der sie mit Tieren auskennt. Magic Reflect. Ah, nee. Nee, 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 nee. Wir haben ja schon Telekinese. Das ist schon gar nicht mal so verkehrt. Telekinese. Mit dem können wir dann die... ...können wir die Fallen entschärfen auf Entfernung. Richtig gut. Das ist etwas. Jawohl. Das ist ein P-L-B-Trapped. Aber natürlich verschlossen. Und das kriegen wir wieder nicht auf. 100% und... Unable. Oh, sehr gut. Das wird funktionieren. 48% momentan. Und... Und... Jawohl. Da müssen wir ganz kurz mal ran. Das hier müssen wir auch mal ganz kurz machen. Alles ganz kurz heute. Komm schon, komm schon, komm schon. Und es ist... ...Bagging und Fishing. Ne? Das war falsch. Nicht die Kiste aufmachen. Das kriegen wir auf. Das kriegen wir auf. Pass mal auf. Ähm... Da müssen wir... ...Folgendes machen. Lockpicking plus 2. Oh. Wie Lock? Schon gepickt, das Lock. Hä? Food Creation. Oh, nicht schlecht. Rimstone. Ja. Maske der Toten. Spirit Speed plus 3. Standards. Auf diesen Masken. Ja, bringt irgendwie alles nichts. Confusion Blast. Ist gar nicht mal so schlecht. Nehmen wir mal ganz kurz mit, falls irgendwas nervt. Wie diese komischen Schlangen zum Beispiel. Ja, der Rest ist eher... ...nicht so geil. So, und jetzt noch was. Eine Kristallstatue. Oh. You hit the statue with a crystal sword. Shattering both the statue and the sword. Jawohl. You found a key with a symbol of a tree on it. Ja, sauer. Sehr gut. Jetzt haben wir das Schwert benutzt. Haben wir das eigentlich jetzt noch? Info? Ne, Quatsch. Hilfe. Hilfe. So. Ah, nee, you found. Crystal sword is benutzt. Jetzt haben wir... Einhorn. Jetzt haben wir einen Baum. Wo war das Baum-Symbol noch gleich? Baum-Symbol. Ich weiß, ein Dämon war im... ...im Keller, sag ich mal. In der... ...in der Kanalisation war... ...ein Dämon abgebildet. Ja, 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 ja. Ja. Wo brauche ich das dann? Ja, gleich ein Beholder. Ja. Barrod. Okay. Einfach zwei... ...fast 100 Punkte Schäden. Das reicht schon. Als Armslaw ist das. Und das sind... ...unusual Gargoyle-Bone-Leggings... ...of Glorbeth the Hunter. So eine Gargoyle-Pickaxe habe ich ja auch. Lower Reagent cost 15. Uiuiui. Was für ein Zauberer ist das Zeug, ne? Können dann mal richtig schön... ...quasi für Umme zaubern. 223 Bolzen. Läuft. Was haben die eigentlich, wenn man die zerschneidet? Nur ein bisschen Fleisch. Okay. Halt! Aber eine Kerze ist nicht da. Wir wissen, Kerzen können... ...relativ mächtig sein. Mystical. Ich sehe da schon, was da ist. Bist du dumm? Ich bin so dran gewöhnt... ...an dieses Identifizieren von... ...was auch immer. Hm. Ja, ja. Da oben kommen wir dann ins Zentrum. Ach, da ist ja ein Azur-Monk. 100 Punkte Schaden... ...hat der Kandidat. Sehr gut. 115 sogar. Wird immer besser. Wird ja immer schöner hier mit uns. Naja. Welche Schuhe? Reflect 15. Okay. Wird 15% Schaden zurück. Was haben wir eigentlich da für Werte? Falsch. Richtig. Reflect. 30% Hitchance. Reflect 22%. Ja, nur noch 29. Schaden erhöht. Habe ich da irgendwas ausgetauscht? Warum? Reflect auch nochmal 8%. Das wird alles ein bisschen... ...ein bisschen viel. So. Ach ja, wir haben den... ...was haben wir denn gemacht? Remove Trap? Warum haben wir jetzt die Dings nicht mehr? Was haben wir ausgetauscht? Kopfschmuck? Wieso haben wir die Dings nicht mehr? Die, die... Was habe ich getauscht? Och ne. Da war doch irgendwas mit... Ist es die... Increased Mana Regeneration? Was war das noch? Die Kerze? Ist es die Kerze? Remove Trap? Damage. Irgendein Schaden. Kopfschmuck? Ne. Oder? Remove Trap. 13 Mining. Ne, ne, ne. Hitchance increase 6%. Strength Bonus Cold Resist. Jetzt haben wir was? Besser Treffen. Die Chance zu Treffen ist erhöht. Jetzt sind wir bei 35%. Wir machen nur noch 80% Schaden. Ist aber was kaputt gegangen? Wir haben gar nichts auf den Händen. Kann das sein? Ja, wir laufen hier quasi barhändig rum. Da hatten wir doch mal die... Die Top-Ausrüstung. Aber die habe ich ja komplett ausgezogen. Dieb. Ja, das ist wieder schwer treffen. Der Hund. Macht nichts. Was bist du? Ja, irgendwie... Hier gibt es eh nichts zu finden. Dann lasse ich das mal sein mit dem Detect. Okay. Ja, auch hier nichts für die Pfoten. Was habe ich jetzt gerade aufgesammelt? Irgend so einen komischen... Hier, das Zirklett. Ist natürlich totaler Quatsch. Weg damit. Doppelschaden. Machen wir gleich nochmal. Doppelschaden. Er wollte es mal nicht. Ja, ist auch doppelter Schaden. Das stimmt schon. Das hatten wir hier. Physical Resist. Poison Resist. Das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Jetzt haben wir Handschiefchen an. Doppelschuss. Ja, ja. Jetzt heilen wir aber nicht mehr gegen. Muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Vielleicht sehen wir da viel zu viele... ...von diesen Lockpicks dabei. Genau, wir können ja Holzrüstung anziehen. Eine Holzrüstung. Ne. Würde zwar eher passend zu uns hier, aber ich glaube eher Kette oder Dings ist das, ne? Kette oder Ring. Und natürlich wieder fest verschlossen. Verschlossen. Das kriegen wir aber hin. Genau. Was habe ich gesagt? Ne, das wird nichts sein. Ja, die habe ich jetzt schon platt gemacht. Die Statue. Geheime... Ja, ja. Ein Geheimraum. Wer hätte das gedacht? Achso, ein Magierkörper. Vielleicht mal untersuchen. Wie wäre das denn? Das wäre spitze. Ebony, bla. Repetier, Armbrust. Ja, ja, ja. Interessiert mich aber ehrlich gesagt nicht so doll. Das hier interessiert mich dann schon eher. Mitrilkiste. Oh, 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 oh. War zum Glück nicht verschlossen. Die wäre wahrscheinlich hart geworden. Das ist ja mal ein feiner Zwirn wieder mal. Blutverschmierter Stoff. Geil. Den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Dullkörper. Was bringt das eigentlich physisch? Ne, wir nehmen ja keinen Panzer mehr mit. Wenn... Wenn nur noch Kette oder... Oder Ring. Oder so ein schicker... Schicker Lederklamotte vielleicht mal. Irgendwie so ein... Irgendwie so ein, was weiß ich... Drachenleder oder irgendwie sowas. Da würde ich mich dann schon breitschlagen lassen. Okay, in jedem Raum... Jetzt haben wir diese vier in den Ecken. Die dreimal nicht. Ne. Seltsame... Konstruktionen hier. Ne, ist gut. Ogerchen. Ja gut, was geht... Oger. Herr Oger... Hab Gegner in meinem Gang. Weg damit. Ich lasse mal die Musik überlaufen. So, und das ist ein... Hit Chance Increase 12. Was ist das genau? Das ist ein Amulett. Und da haben wir Remove Trap. Es gibt hier gerade keine Fallen. So. Chance zu treffen. 45%. Ja, das können wir eh nicht benutzen. Gut. Und gleich wieder... Oh, der hat... Was zu melden, aber nicht gegen... Doppelschüsse. Guckt er nämlich ganz doof. Ja, ja. Geh mal schön in dein Eck. Und dann bleibst du auch. Bis ich dich hole. Und ich hole dich nicht. Das ist nämlich der Trick. So, pass. Keine Panzerungen mehr. Vanquisher. Mhm. Beides daneben gegangen. Verdammter Schild. Ne, runter. Nochmal Doppelschuss. Und? Ja, einer kommt dann zumindest mal durch. Ach, sieh schon wieder. Das sieht aber nach Kette aus. Nein. Höchstens ein Chain-Käuf, oder? Oh, sehr schön. Bizarrer... Gegenstand. Glorious Wolf Mask of Ulrich the Diviner. Hit Chance Increase da schon wieder. Was haben wir eigentlich? Hit Chance Increase 6%. Ach, krasser Feuerschutz hier von 19. Äh, physisch 5. Feuer 5. Energie 5. Ne. Hit Chance Increase 8%. Ist aber wieder besser. Aber hier ist Lockpicking. Ne, komm, lass mal sein. Hier, genau. Chain-Käuf. Äh, ne. Nein. Nein, 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 nein. Ach, hier ist eine Spinne da. Und ein... Kriegstitan. Wie ich ihn immer nenne. Aber es ist wahrscheinlich einfach nur so ein... Titanen-Körper, ja, von mir aus. Äh, joa. Viel immer zu entdecken. Oh, wieder... Weiteren Samen, da können wir wieder... Na? Können wir wieder eine Botanik spielen. Hit Magic Arrow. Oh, okay. Schießt einen Pfeil und... Beschwört noch einen Pfeil herauf. Verrückt. Schilde braucht man nicht. Ja, ist hier eingesperrt oder... Offensichtlich. Oh. Lassen wir davon was raus? Ich weiß nicht. Sollen wir denn? Ähm... Successfully rendered unsuccessful. Äh, harmless. Carpentry-Number-Jank. Ja, Standards. Einmal 10. Ja, ja. Kristalle. Einmal Stärke. Stärke ist immer gut. Bisschen Glück, ja. Fullset. Nur Standard-Shit ist hier drin. Stärke. Nö. Stärke einmal selber. Passt. Ist das was? Code. Ach, schon wieder sowas. Ähm... Ja, und die... Ach, hier vielleicht. Genau, die Tasche. Da müssen wir gucken, was drin ist. Nicht vermieden. Schon mal gut. Ja, nur Gewicht. Ja. Komisch. Diese ganzen Hemden hier sind irgendwie alle nicht... Meditation 5. Ne, Quatsch. Totaler... Totaler Quatsch. Ähm... Ja. Bin gleich wieder da. Moment. So, und... Entschuldigung, jetzt weiter. Äh, hier war... Nichts Sinnvolles drin. Zur... Zur Abwechslung mal. Gut, die lassen wir mal schön da drin. Sind eingesperrt. Dürfen sie... Auch gerne... Bleiben. Ja, war schon irgendwie seltsam, ne? Oh, da geht's grad los. Grad weiter, meine ich. Ja, auf Distanz wieder vergiftet. Diese Regeneration, die fehlt halt irgendwie dann doch so ein bisschen, oder? Finde ich. Dass die Rüstung jetzt nicht mehr da ist, das merkt man schon. Orkisch Demise. Ja, heilt nämlich nicht jetzt... Oder regeneriert nicht die ganze Zeit gegen. Jetzt haben wir wieder die Probleme, wie der einst am Anfang... Goblin. Schlechter Witz. Und das hier auch ein Witz. Xorren. Was soll das überhaupt darstellen? Ein riesiger Schlund nach oben offen? Naja. So, das führt dann zum... Ne, ist noch mal das Zentrum. So ein stinkender Dieb. Oder Diebinnen viel eher. Ja, ja, ich hab's schon gehört. Ach. Hat sich weggebeamt. Die das aber machen? Sollte vielleicht so eine Art von... Ja, wie so eine Art... Wie hast du das noch gleich? So eine Art von... Muss hier so eine Rauchnebelbombe oder sowas sein, ne? Ähm. So, jetzt müsste eigentlich... Ja, kein Problem. Kommt nicht an uns ran. Weil der Goblin davor im Weg ist und blockiert. Ne, der wird mir im Zeit. So, jetzt kommt der Goblin weg. Kurz mitnehmen. So, was haben wir denn hier? Äh, nur Schrott. Natürlich. Der Klassiker. Können wir mal einen Schluck Milch reinpfeifen. Uns... Reinpfeifen. Ideen. Nein, Armslaw ist das. So, ist das Deepsea? Deepsea Level, ja. Ja, Glück... Näh. Aber anziehen könnte man es... Näh. Klar, wir haben doch die Rüstung. Durch diese... Wie auch immer... Wie heißt sie noch? Die... Wundersame... Armor of Inside. Genau, der ist noch gut. Der Rest eher... Eher nicht so. Es sollt ihr links oben... Ich soll das wirklich hier oben lassen. Ja, ja. Weil die sich immer oben einreihen. Auch wenn man selber... Wenn man selber Schmuck macht, das ist immer die oberste Linie. Die ist komplett immer zu. Das wird irgendwie gar nicht zufällig irgendwie im Rucksack verteilt, sondern immer hier. Aber ich bin schon froh, dass das so riesen... Riesenohrringe sind hier. Ich kenne das noch als so winzig kleine Pünktchen hier. So ganz zwei kleine Strichlein. Und die muss man auch so immer... Das gab es ja früher gar nicht, ne? Diese komische Aufreihung hier von Sachen. Dass man es hier einfach so rausnehmen kann. Zack, weg und... Und dann wieder hin. Man muss die quasi jetzt hier punktgenau... Genau so. Musste man sich die aus dem... Von den Ohren ziehen, sozusagen. Naja. Das ist eine KDW Trapped. Das ist eine KDW Good either. Okay, dann lassen wir es halt. Royales Sofa. Okay. Hier wird... Die Kunstgalerie... Naja. Ich glaube, der hat ein bisschen zu viel... Zu viel Platz, der Typ. Der... Der... Wie ist der? Der Kyrian... Indem wir hier... Dessen Haus hier... Ehmundragon. Okay. Das ist gut. Das ist tot. Tomi... Tomi der Assassin. Hier kommt der Genuss oder was? Ne, hier ist Schluss. Kerze ist... Dex-Bonus schlecht. Äh... Was wird das sein? Keine Ahnung. Wird das gut sein? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich wissen. Und es ist ein... Spirit Speak und Poisoning. Ach, Assassino-Robe. Ist gar nicht schlecht. Kann ich brauchen. Das Nia-Zeug... Weiß ich nicht. Nia-Gloves. Okay. Ne. Ne, 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 ne. Der Beholle ist... Außerhalb. So, jetzt hat es unangenehm. So, ich setze mich mal in Runde. Du kriegst das alleine hin, oder? Doch, doch, doch. Der Monddrache. Das haben wir schon grau bekämpft. Graue, Silber. Jetzt kommt der Mond. Farblich. Alles so in dem... In dem Schema, ne? Ach mal. Ja, ja. Der Dieb, der hat sich verabschiedet. sich weggebeamt. Die Gute. Ja, ja, ja. Das ist jetzt Drachenleder, oder? Ne, auch nur rotes Leder. Ja, das ist die ganz billige Variante, ne? Eingefärbt. Oh, ich bin dran voll, weil... Weil er mich hoffentlich geschwächt hat. 120, ja, ja. Wieso bin ich jetzt schon wieder so voll? Ich verstehe das immer nicht. Ist egal. Vielleicht gab es auch ohne Ende... wieder Kupfermünzen. Ei, sehr gut. Von Xhara, der Kaiserin. So, so. Xhara, ne? Wenn du meinst. Gut. Ähm. Ja, wir müssen wieder mal... Das machen wir gleich. Erst wenn wir bei der Leiche stehen und sie dann ausgeräumt haben, dann machen wir wieder mal die Direktschalte zum... zu unserer Sparkasse. Oh, keine Ahnung. Ich habe eine Frage. Hoffentlich ist es ein Artefakt. Artefakt entdeckt. Ist das so? Halt mal die? Und hier haben wir eine Starkmaske von den... Ja, das werde ich auch ändern. Diese ganzen Masken. Das wird dann sowas wie... Ja, diese Tier-Sachen werden. Das ist so wie Animal Taming, Veterinary und sowas. Da werde ich die mal einbauen. Totaler Quatsch. Okay. Dann sind wir jetzt noch mal... Dann sind wir jetzt noch mal Helm. Ja gut, die... Da hätten wir höchstens dann so ein Schäme. Ein Frosch. Okay. Sitzt da einfach ein Frosch? Decks. Ja. Bizarre Handschuhe. Halt Arms Law brauchen wir da. Bei uns ist es nämlich sehr schlecht. Oh, Kaffee. Nicht einmal getrunken. Geil. Komm schon. Das gibt's nicht, oder? Ganz im Tadent Fall. Jawohl. Deep Sea Throwing Law. Oh. Ich wusste, dass das nur so Wurfdinger sind. Hätte ich es ja gar nicht mehr angeschaut. Gut, dann müssen wir dich halt zerschneiden. Jetzt kann ich hier wieder laufen, ne? 5,55. Nee, kann ich nicht. Ja, nehmen wir die Rotzeln mal mit. Zerschneiden das gute Stück. Sind immer noch zu schwer. Wegen dem ganzen Kupferscheißdreck wieder. Genau. Kupfer, 143 Steinchen mal so eben. Der Rest schmeißen wir alles da rein. Ist wurscht. Das war eigentlich hier, ne? In dem weißen Zeug, in der weißen Kiste ist alles, oder in dem Sack ist alles drin. Komm, dann können wir doch das Gold reinschmeißen. Wir haben's doch. Sonst noch irgendwas schwer. Ich glaube hier drin, ne? Das hier wiegt, ja genau, 10 Steinchen. Das ist hier der Schmuck. Nee, die ganzen Artefakte und so weiter kommen hier rein. Stoff können wir auch mal sonst wo hinschmeißen. Hier vielleicht rein. Und der Rest sind so, ja, Trinkets für eins oder was. Na komm, warum nicht? Dann ist das Zeug schon mal, schon mal weg. Jedes bisschen zählt, bis das wieder randvoll ist. Dann können wir die schweren Sachen wieder nicht transportieren. Dann lass ich's lieber. Passt. So, wir schauen. Haben wir hier auch wirklich alles und so? Ich glaube, ne? Ich hätte mal ein paar Stullen da reinlegen sollen und ein bisschen was zu trinken. Shit. Wieder nicht aufgepasst. Ach ja, die Flaschen. Das ist wichtig. Ja, äh, wir sind wie voll? Geht so. 3,22 ist ja das Neue fast leer. Oder fast voll. Man weiß es nicht. Too complicated. Okay. Dafür haben wir Abhilfe. Wo ist es? Tür, die Chinese. Zack. Vollgas. Set off a trap. Sehr schön. Ja, wir hätten auch die paar Remove Trap Sachen benutzen können eventuell. Was haben wir jetzt? Ja, Hit Chance Increase. Und das ist nur Quatsch und das andere. Bitte sei nichts schweres. Ei, ei, ei. Direkt wieder zugemüllt. Ja, und wieder Flaschen. Ich hätte die vielleicht auch noch mitnehmen sollen. Sinnvollerweise. Kerzen kommen natürlich immer mit. Kann man da vielleicht mal so eine große... Die kann man eben nicht. Das ist das Problem. Weil diese Tafel, das funktioniert halt leider nicht. Das heißt, man kann ja nicht mehr eins ans andere rein. Das finde ich ein bisschen... Bisschen sehr schlecht, muss ich sagen. Na, diese Tische. Sowas hier zum Beispiel. Genau sowas. Wie geht sowas? Die muss man bestimmt kaufen. Oder irgendwie... Ist das ein Rare, dass man mal so aneinanderhängende Tische hat? Okay, das ist ein bisschen arg groß. Das sind vier Stück. Ne, aber sowas hier. Das ist dann so ein Flippable Table. Ich habe ja schon mal diese Large Table, glaube ich, gezeigt. Diese ovalen. Und die konnte man dann zu solchen Vierecken machen. Und dann kann man die alle aneinander beamen. Dann hat man eine geschlossene Fläche. Gibt's ja nicht. Irgendwie nicht so geil. Genau, da unten war die... War die Malerei von ihm. Ja, ja. Achso, da ist ja was. Was uns gerade haut. Aber wir hauen auch. Machen wir gerade zurück. Komm. Stock, Stein. Ne, danke. Sie sehen super krass aus. Und dann kriegen sie einen Schuss ins Gesicht. Und dann ist Ruhe. Hm. Irgendwie nicht so geil, oder? Was haben wir hier? Hit Lower Attack. Oh. Dann hauen sie sich nicht mehr so doll zurück. 20er von Schaden. Ja. Throwing Gloves steht hier drauf. Bitte... Bitte lesen. Was ist denn das hier? Ganz neben der Identify. Arms Lore. Mana Increase. Komisches Zeug. Was ich hier immer finde. Also wir haben einen komischen... Oh, Dreadspider. Natürlich. Komm. Drecksspider. Drecksspinner. Ist das ja auf Deutsch. Item ID. Na? Was bist du? Da bist du. Stärkebonus. Fokus 13. Ja, Fokus. Fencing. Na ja. Falls man mal ein Fenster macht, hat man das dann. Geht irgendwo eine Tür zu? Geht der Fenster wieder auf? Nein, nein. Okay, stille. Und... Es geht weiter. Ja, finde ich irgendwie nicht so spannend hier. Auch vom ganzen Aufbau. Das ist gerade ein recht langweiliger Dungeon, wie ich finde. Ja, hoffen auf mich zu schießen. Ich schieße zurück. Ich schwöre es. Ah. Na, ist ein langweiliges Dreieck. Oder... Ja, mehr oder weniger halt so ein komisches Symbol. Gucken wir irgendwie bekannt vor. Irgendwie sind eigentlich... Was haben wir jetzt gemacht? Too far away? What? Achso. Und wieder zurückgebeamt. Great Necromancer. Armslaw plus 10. Ui. Damage increase. Ja. Bringt Armslaw eigentlich was bei Stärke? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Kann man schon draus finden, indem man es mal anguckt. Falle entschärfen. Nicht vermint. Ja, schon wieder Runenmagie. Ja, ja, ja. Gib mir den Runenbeutel. Dann kann ich am Ende nicht mal loslegen. Eine alte Notiz. Dear Rista. I'm sorry I have to... I have not written to you in so long, but I found the fabled valley of the orcs and have gotten lost within the vast jungles that covers her. Ich weiß, wo das ist. Das ist in Britannia. Nördlich von Britain. I've been ill for several days as I have returned with a sickness I must have gotten from the swamps there. I found a stone tablet while I was there. Buried halfway in the muck. It's told a tale of Abu Bale, an orc that could poison the steel of any weapon or armor. I'm not sure what this means, but I will have a sage look at it for me. I will be home soon. Rudia the Loathsome. Er war im Tal der Orcs und hat doch was gefunden. Irgendwelche Storys über über einen Orc, der angeblich genau das ist der normalen diese large table. Die kommen mit flippable table oder wo die genannt. Die konnte man auf diese Vierecke machen. Und der hat total auch summoning. Was wird denn hier gesummonet? Keine Ahnung. Habe ich noch mit, weil dieses mit dem Typen sich zur Hilfe holen. Ach, ich habe nochmal geschaut. Diese, wie ist das noch? Diese Henchmen, die man sich holen kann für 5000. Das kann man in der Taverne machen. Das muss man einfach nur so einen komischen Zettel holen und dann kann man sich da wohl einen Kämpfer drauf nicht beschwören. Aber holen halt. Das ist auch interessant. Oh, paralysieren. Ui, ui, ui. Gefährlich, gefährlich. Ja, die benutzen sowieso nicht. Wende mich die. Jede Menge von allem und es ist irgendwie... Ne, also hier diese Aneinanderreihung von Räumen und sowas, das fand ich ja auch schon am Anfang nicht so, nicht so wirklich prall hier mit den... Ja, ja, mit dem Dungeon. Oh. Interessant, was ist das hier? Medusabone. Bringt halt nicht ganz so viel. Hitpoint Regeneration 1. Ja. Den finde ich jetzt echt nicht so gut hier. Sash. Bringt nichts. Und es sind auch hier scheinbar kein Ende. Feuerelementar. Okay. Ja. Ach, Luftelementar, das ist der Elementarraum. Das erste ist schon mal weg. Aufbeschworen und entfernt. Fehlt noch Wasser. Feuer läuft hier überall rum. Ach Gott, unser... Unser Elementar, das war auch so schön. Damals, als ob wir damit rumlaufen konnten. Ja, aber deswegen meinte ich ja gar nicht mal so schlecht. So die... die... die Grundidee, dass man sich hier mal wieder einen... so jemanden mit dazu, mit ins Boot holt. Ah. So, der Nächste. Ach, verdammt. Ich dachte, ich kann alle... alle drei mit einem Doppelschuss ausschalten, aber nein. Der muss natürlich wieder eine Extrawurst mimen. mit dem Käse kann man übrigens eine Quiche machen. Wen das interessiert, ähm, ja, mich auch nicht. Und jeder Raum hat irgendwie seine... seine Kisten mit Zeug drin. Das ist halt wirklich nicht so geil. Graße Info, was da wohl drin steht. Damage Decrease. Oh, guck mal hier. Violet Bracelet. Bracelet, Bracelet. Ring. Doch, ist das Bracelet. Hit Chance Increase. Hit Point Increase. Hier hat man wieder Damage Increase. Ich nehm's spaßhalber mal mit. Oder zieh's an viel eher. Irgendwie die Werte wieder so schlecht sind. Oh, Schluck Milch. Und noch einen Kuchen. Können wir uns reinpfeifen. Sauber, wieder Platz für Kuchen. Das ist immer da... Das ist immer eine gute Nachricht. Jetzt mache ich 37, sind wir hier und Damage Increase fast wieder bei 100%. Weil die halten mir fast schon ein bisschen wieder zu viel aus. Oder es reicht immer so gerade gerade nicht. Ja, Recall Runen haben wir jetzt einige, die nehmen wir nicht mehr mit. So, Herrschaften. Hat irgendwer was Sinnvolles für mich? Ne, ich glaube nicht. Das war die Dieben. Hier ist so ein Monk. Haben wir schon angeguckt. Tja. Irgend so ne krasse Rüstung. Aber brauchen wir gar nicht angucken. Wir haben sowieso was Besseres mit unserem Armor of Insight. War nämlich auch gar nicht so billig, das Ding. Musste ich mir ja kaufen in der Stadt. Ähm, Room of Trap, genau. Weil irgendjemand das zum Verkauf angeboten hatte. Und da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Auf den ersten Blick äh, totaler Quatsch alles. Marksman, ja, ja. Schießt halt, wie gesagt, mit diesen komischen magischen Steinen. Hm. Wir sagen, Zeit ist eben, ah, da ist er. Da ist ja der Letzte im Bunde. Das Element hat mir gerade noch gefehlt. Jetzt Mounted Pixie. What? Wie Mounted Pixie? Kann ich denn, kann ich das reiten oder was? ich will die Frage gar nicht so richtig formulieren, aber ich glaube doch, oder? Oder Mounted Pixie, wir sind Maschinengewehr oder so. Vielleicht gesockelt, nicht gerührt. Boah, und die nächste, äh, was auch immer. Fireballs, cool. Mal Feuerballe schleudern mit dem Stäbchen hier. Natürlich, das Erdelementar, alle vier alchemistischen, denke ich mal, Elemente fehlen hier noch. Oder sind das nicht noch mehr? Hm. Das aufregendste ist ja echt die kurze Musik, die, die ertönt. Und dann ist wieder, hm, müssen wir wieder irgendwelche Schätze bergen. Tja, Goliath-Leder. Nö, lass mal, lass mal gut sein. Diese ganzen Flaschen, ich brauche die eigentlich gar nicht, aber ich nehme sie, ich kann nicht aufhören, sie mitzunehmen. Und wie sie leuchtet? Ach so, ja, wegen Luft, da brennt's Feuer. Da ist Dreck und hier ist ein Eimer Wasser. Ich verstehe. Und was sind die drei in einem, ach, Element, hier ist Wasser und, äh, Wasser und Luft. Und das ist dann der Gargoyle, ja? Kann nicht ganz so viel machen, jetzt macht das ja noch unsichtbar. Merkt das selber, ne? Dass da nicht so viel bei rumkommt. Ach doch, die sind, die hauen rein, diese Werebats. Ich habe noch gebissen hier, diese Sau, oder gekratzt, ganz doll. Komm. Was bist du? Ja, komm schon. Genau richtig einsortiert zum Müll, perfekt. Okay. Irgendein Hut. Ist es ein guter Hut oder nicht so guter Hut? ist es ein Lumberjacking Wizard Head, okay. Kann ich auch gleich einfach einen gefederten Hut, da gibt es ja nur bloß drei, aber, hm. Mahagoni. Ne. Damage Increase 12%, Mana Regeneration. Ne. Und jetzt geht es wieder auf zum Lustigen. Ah, die sieht ganz nett aus. Gab es früher auch nicht, aber das sind irgendwie, weiß ich nicht, von späteren Versionen muss das sein, oder späteren Servern, oder irgendwie sowas. Ja, okay, ich würde sagen, den Raum machen wir noch da unten und dann sind wir für heute fertig. Haben wir das mal abgehakt, weil ich finde das echt nicht spannend, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich finde das scheiß langweilig hier gerade in diesem Dungeon. Ich weiß nicht, ob man es merkt. wahrscheinlich schon einfach nur diese komischen langweiligen grauen Gänge interessiert mich noch nicht mal, ob da was drin ist. Diese langweiligen grauen Gänge mir anzugucken, das ist halt echt nicht geil. Ich meine, ist halt schön gestaltet und so, ne, alles so in so einer Form erschaffen, wahrscheinlich wieder weniger gebaut. Ah, der nächste. Jetzt ist der Himmelsdrachen, okay. den dann wegmachen. Achso, der steht da hinten irgendwie ungünstig. So, das Ding wäre schon mal weg. Da ist unser Chef. Der Drachen. Oh, hat mir direkt einer verpasst. Ungünstig. So, stimmt mal gut. Seid ihr kommt das gleich hier rüber geworben. Finish the playing. Perfekt. So, jetzt haben wir mal Luft. Halt's mit Doppelschuss drauf. Aber gar nicht lang rum, der wird zerfetzt. Und der letzte. Ah. Ja, war schon besser, war schon, jetzt bin ich ein bisschen, ähm, Kampf gegen Drachen, das ist immer schon ein bisschen spannender. Die Leucht... Oh! Der Himmelsdrache und da ist seine Kiste hier ganz im Zentrum. Vielleicht sind wir damit fertig. Ja, 50 Glück. Hm. Was haben wir denn eigentlich an? Und kann man das... Achso, diesen Kittel, ne? Musicianship. Damage Increase 13%. Und wieder Glück. Defense Increase. Und noch ein Dex-Bonus zum Bessertreffen. Ah, es ist schwierig. Das eine Gute legt mal weg und dann kommt das nächste Gute. Okay, das ist nur Schmuck, das ist nur Schmuck. Ich kann bald keine Gegenstände mehr tragen, wenn das so weitergeht. Hm. Noch mehr Glück. Schaden 13. Hier ist die Verteidigung verbessert und da haben wir noch Dex. Damit trifft man dann ja wahrscheinlich besser. Oh, hier ist der Schaden erhöht. Hier ist Verteidigung. Ich lasse es mal da kommen. Sorcerer ist das. Turquoise Wanderer Sorcerer. Ach, das ist ein Kampfding. Wofür? Wie wir dazu schwach sind. Aber irgendetwas anderes wird es tragen. Hier, aber nicht. Krasser Ring. Irgendwie hat er wieder eingesteckt, das Zeug. Okay. So, jetzt zerschneiden. Mitnehmen. Wo sind die Schuppen? Da sind die Schuppen. Sucht man sonst hier zu vermeiden? Heute nehmen wir es mal mit. Da ist der Verteidigung. Ja, soviel zum Thema. Können wir euch nicht mit tragen, sprach ich. Also, ach ja, mit Schild. Ach Gottchen. Kommt erstmal die Kupferscheiße weg. Das ist schon mal die erste Amtshandlung. Und dann mal gucken. Hm, geht alles nicht mehr rein. Heißt, man müsste eigentlich wieder mal die, komm, die machen wir direkt. Machen wir gar nicht lang rum. Direkt schalte. So, falls das zu schwer ist. Jetzt können wir das Gold nicht mehr einsacken. Ah. Ähm, hier war dieses. So, das. Jetzt habe ich es wieder geöffnet. Nicht mehrfach öffnen. Ach, da steht doch dran, wie ich, ah, jetzt sehe ich es. Jetzt weiß ich auch, wie voll das Ganze hier ist. Tja, die ganzen, Kupferdinger, die können wir da draufpacken. Perfekt. Das können wir da drauf machen. Ähm, weiß ich nicht. Das Gold können wir jetzt zurück. Das kommt hier in die Kiste. Flaschen auf Flaschen. Ja, viel zu viel von diesem kleinen Vieh haben wir, glaube ich, mittlerweile. Ich kann dir mal, komm, erst mal eine Stulle. Packen das da raus. Wenn ich hier fertig bin und die anderen Sachen noch schon aufgeräumt habe, dann schauen wir in die komische Kiste von ihm rein. Da sind wir hier nämlich fertig. Da muss man sich das das nächste Mal nicht mehr geben. Weil so spannend ist das nämlich nicht. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, oder? Doch, ich glaube auch. Mounted Pixie. Keine Ahnung, was das schon wieder ist. Äh, irgendwas sonst, was, was wiegt, schwer ist? Ne, alles klar. Gucken. Alles weg. Ob ich komme, jawohl, den können wir auch gleich wegpacken. Ansonsten haben wir alles, ja. Halt hier, blank scrolls, kommen wir direkt weiterreichen. Das hier können wir auch direkt, wieso passt das nicht mehr rein? Ah doch, passt jetzt wieder rein. Okay, wir sind, wie schwer? 3,25, ja, passt. Also, alles, wie es sein soll. So, nächstes. Wieder zugemüllt. Construction, ja, lass ich jetzt mal liegen. So viel wollen wir dann doch nicht mehr bauen, würde ich mal sagen. Arms Law, was für ein Chairman-Käuf ist es? Ja, Reflect, Reflect, Reflect. Unwichtig. Ein Buch. The Golden Rangers. Okay, fast wie so eine Baseball-Truppe. This is a guide for explorers and rangers in their quest for the golden feathers. If you keep this manual with you, you may be able to find these mythical feathers so you can bless an item at the altar of the golden rangers. Those worthy of the golden feathers must hunt for either a type of harpy or for the braver souls a phoenix. They are rare to find for sure but the goddess may be watching as you slay such a creature and hand you of those these feathers. Also wenn ich goldene Federn haben möchte, muss ich harpieren oder phoenix kaputtschießen oder schlagen und ich muss das hier bei mir tragen, weil dann wird die Göttin mir vielleicht erschlagen habe, was gönnen. Sowas wie diese Jagdgeschichte bei Morrowind. Ähm, wie hieß es noch? Dieser komische Jagdgott oder so Jagdgott? Keine Ahnung. Once obtained, you may take the feathers to the altar of golden rangers. Place, genau, golden, alt haben ist man das dann niederlassen, den goldenen Waldläufern. Place a single weapon or piece of armor onto the altar and speak the word Aurum Gold, which then the item will be turned to gold and blessed by the goddess of rangers. Aha, remember to keep this book with you. During your hunt, you must be the one to slay the beast as she only rewards master rangers or explorers with the gift of the feathers. Good luck. Don't let greed get the best of you as the goddess would not give you feathers if you already have them. She will simply bring them to you to remind you of your past rewards. Ah ja, also einmal eingelöst kann man es nicht wieder einsetzen, also nicht geizig sein. Da muss man also die Waffe oder Rüstung auf einen altar legen, Aurum schreiben und dann wird das Ganze in Gold verwandelt und von der Göttin der Waldläufer gesegnet. Ah ja, das ist wahrscheinlich alles so dieses komische, wie heißt das? Das ist Elfenland, Lodoria, schätze ich jetzt einfach mal. Super, das ist keine weitere. Jetzt muss ich schon wieder Quick Save drücken. Was ist denn los? So, und? Jawohl, you found a silver triangle. Das zweite, die zweite Form. you will need all three silver shapes to obtain the silver key to Mangor's chamber door in Mangors. When you have all three, seek the golden skull and use it to place the shapes upon it. Nun gut. Das heißt, hier sind wir jetzt im Grunde genommen eigentlich fertig, oder? Ein bisschen was im Norden gibt es noch, aber ich frage mich, ob sich das lohnt. Gibt es da noch viel? Ich weiß es nämlich nicht. Wenn es da oben jetzt gleich endet. Komm, machen wir heute ein bisschen, kommen wir heute ein bisschen länger. Eine Doppelfolge oder was auch immer. Ist jetzt wurscht. Das machen wir jetzt in einer Tour, weil das, das müssen wir jetzt mal weg haben. Oh Gott, Alter, meine Idee. Und das ist meistens eh nur Schmuck. Zerkletz. Also mit dem Necromancer Knochen. Knochenhaarreif quasi. Wieder irgendwelche Zauberringchen und Gargolz. Jetzt müssen wir noch die, ach man, müssen wir wieder den Müll aufmachen, aufsammeln. Das kostet echt immer mittlerweile so viel Zeit. Ich habe schon gar keinen Bock mehr, die zu öffnen. Soll ich sie mal zulassen? Das kann ich auch nicht. Wir haben alles so einfach wie im Leben. Geld. Quatsch, lass einfach liegen, ist doch schwer. Ja, nee, ist klar. Kulda. Ja, das wird auch wieder wie frisch mit Paint gemalt. Von der Stadt Kulda haben wir aber schon oft gehört. Das ist einfach nur so eine Insel. Okay, einfach eine Inselwelt. Wie kommen wir denn nach Kulda? Und ist es Kulda? Boah. Also jetzt langsam ist mal gut mit diesen Spürchen, oder? Remove Trap. Ich finde mich echt schon als wäre hier irgendwie als wäre es anstrengend. Genau, ich spare mir den äußeren Weg. Das ist nicht mehr viel. Kommen noch zwei Räume, dann haben wir es. Komm, noch einmal tief durchatmen, dann haben wir es. So, dazu Monk, Mönch, komm weg. Verrücker Mönch, Was feines Naschen, Schluck zu trinken. So, jetzt haben wir nichts mehr Wasser. Jetzt zählt's. Ach, wie das ein komischer Zorn. Können nichts außer stinken, aber überall verteilt. Mein Gott. Regelrechte Fachkraft. Kleiner Scherz. So, die letzten zwei Räume. Jetzt möchte ich aber erst auf die, jetzt treiben wir es quasi auf die Spitze. Naja, irgendein Jäger da unten. Hunter, was? Bounty Hunter oder Poker Hunters? Weg mit dir. Ach, der Sandron. Der ist jetzt wieder ein Männchen. Es ist Hunter Leggings. Was sind denn einfach Jäger? Bin so verwirrt, weil ich gerade die Story gelesen habe von den ganzen, wie heißen die? Von den goldenen, goldenen Waldläufern. Aber ein Wald, oh. Der Titan. Okay. Ja, ne, passt. Einfacher Titan, da haben wir höchstens was zu lachen bei. War ja klar. Aber die Dretsch, beide, oh ne, wieder verätzt. So, jetzt bitte. Das war klar. Sehr gut. Ja, Gift Heilung. Hoffentlich sind das richtig gute Sachen. Jawohl. Die wäre schon mal gesichert. Die andere. Da sind die PLB trapped. Aber es ist verschlossen. Hoffentlich gelingt uns das, weil scheint die Masterkiste jetzt zu sein, ganz im Norden. Unable. Ja, ist es wieder. Ach, halt an, ist so gut. Weil wir die dann öffnen können, so ein bisschen. Wenn wir Glück haben. Oder wenn wir konsequent sind. Unable zu, ja, ja, passt schon. Das gibt wieder hoffentlich fette Gains. Jawohl, da war er. 53,1. Stahlkiste, hervorragend. Oh, nee. Ähm, hm. Dex, Mana, Reflect, Reflect. Oh, Blade Spirits, auch super. Aber kann man die, kann man die mitnehmen, sozusagen? Oder sind die, wie ich es kenne, sind sie aggro? Man zaubert es einfach dem Gegner in die Backe und dann darf der sich darum kümmern. Jeweil Int. Oh, 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 schon wieder overloaded. Ja, komm, ich lass den Scheiß einfach hier. Bagging, uninteressant. Ah, ein seltsamer Teppich. Ein Teppich. Das andere haben wir schon geöffnet? Ja, das ist das. Weird Item. Was sagen so weird? Dullkörper, Platemail, Tunic. Ja, krass. Das ist natürlich total weird. Das haben wir noch nie gesehen, sowas. Wie können wir noch tragen? Achso, 80. Äh, was ist das? Was bin ich denn doch wieder neugierig? Ist das überhaupt Arms Lord? Ne, das Item, ist doch klar. Das ist quasi ein Hut. Komm. Und das bringt nichts und wieder nichts. Sehr gut. Schuhe. Kann man eigentlich die hohen Schuhe hier tragen? Ach, Arms Lord. Hier, guck doch hin. Ist ja kein Hut. Hä? Lock. So ein Glück. nächstes Mal. Container. Cannot hold more items. Es ist aber auch. Ja, zum Glück ist jetzt eh gleich Feierabend. Mal eine Direktschalte vielleicht in die Bank und dann sind wir fertig. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wo ist denn das hier gewesen mit dem mit dem mit dem Baum oder was das war, ne? Baumsymbol. War da drauf. Keine Ahnung. Und zum komischen Teleportations. Ey, Demon. Ist doch kein Demon, der kommt blickt mich nicht an. Ach, guck mal, der hat sich ein Gargoyle Demon genannt. So was fahre ich nicht rein. Oh Gott. Item ID. Und das landet gleich Müll. Achtung. Ne, das geht noch. Blacksmith plus vier. Ja, mit wie viel Prozent soll ich eigentlich noch arbeiten hier? Das ist eine Waffe. Rät ist hier richtig gut. Ja, liegt am Boden. Dann muss sie ja toll sein. Keine Ahnung. Oh, wieder, wieder irgendwas zum Durchwühlen. Okay. Large Dinosaur Sack. Ach Gott. Ja, das brauche ich jedenfalls als eine Superfolge. Oder so. Dann war das mal vom Eis. Deer Mask. Schwachsinn. Nächste. Remove Trap. Nicht. Oh, das müssen wir vielleicht doch mitnehmen. Mein Gott. Ja, alles mögliche, was gut ist. Da müssen wir ganz kurz mal ran. Okay, was kann denn weg? Komm, die Recall Runen, die kommen jetzt mal weg. Was haben wir denn noch? Das Gold nehmen wir mit, das Silber nehmen wir mit, den Diamanten und das ist irgendwas anderes. Nehmen wir es mit? Ne, auch wieder zu voll. Habe ich nicht so einen komischen Wurfmüll mitgenommen? Doch, da ist er. Der kommt jetzt mal sonst wo hin. Dann nehmen wir das hier mit. Hat hier noch irgendwas jeniges? Komischer Strohhut. Karte von Lodoria, die kennen wir aber, ne? Mal ganz kurz austauschen. Ja, ja, die haben wir schon. Die andere, die muss logischerweise, die muss logischerweise mit Construction, dass wir wieder was bauen können. Spare ich mir jetzt mal. Ich das dann wieder mitnehmen, eins? Ne, die kann man auch irgendwo, ne, die kann man überall kaufen. Da hat es zum Glück nichts. Ja, jetzt kommt der letzte Raum. Eventuell. Äh, haben wir gar keinen Kupfer mehr? Kann, kann sein. Kann auf jeden Fall nichts mehr aufnehmen. Opening Door, sagt er. Oh oh. Ach Gottchen, der Zaubermann ist hier. Hä? So, ganz kurz mal, ähm, wir machen erst die Direktschalte wieder. Genau deswegen. Okay. Alles wieder bunkern. Okay, viel Kohle war da nicht dabei. Hier haben wir wieder was Feines. Sehr gut. Nochmal die Karte. Jetzt haben wir die Bolzen. Okay. Weil Bolzen sag ich immer. Die Bolz. Bolz of Cloth. Okay, hier haben wir alles. Stoff lassen wir hier. Dalkor braucht keine Sau. So, jetzt mal gucken. Wir müssen, wir müssen unser Zeug wieder loswerden. Problem ist, hier haben wir so viele einzelne Scheißdinger da. Ja, 9000 Kupfer. Ganz wichtig. So. Ja, die sind alle einzeln. Aber, wenn ich die jetzt hier reinschmeiße, dann ist das Bankfach wieder überladen. Das ist dann nochmal so beschissen. Das machen wir nämlich auf gar keinen Fall. lieber, dass hier irgend so eine Zitrone liegen hier. Dalkor-Kopper-Ring. Hm. Die sind gar nicht mal so ungünstig, muss man auch sagen. Die bringen schon Kohle. So ist es nicht. Aber irgendwie, hm. Oh, vielleicht hätte ich doch mal direkt die Schalte nutzen sollen. Ich dumme Idiot. Jetzt bin ich mir wieder voll. Okay. Gehen wir einfach davon aus, dass da im Süden dieses komische Teleportationsding nichts gebracht hat. So, wir reden. Sie sehen fast so aus wie wir. Guck mal hier. Der Magier. Eigentlich müssen wir Leder und sowas tragen, aber naja. Wir reden. Düdl-dü-dü-dü-dü. Thank you. Brave Adventure. Wir haben bekommen Tome of Currier and Relics. Charges. Oh, da können wir wieder was verbessern. Jawohl. Manga has trapped me in my own tower by unleashing his minions in my hallways. We were once friends, Manga and I. Now power has corrupted him to the point where companions serve no purpose. Sagt er. Aber entscheidend steckt er auch quasi hinter der Sache. Ja, Manga hat ihn hier im Turm gefangen gehalten. Einst Freunde, jetzt nicht mehr. Take this ebony key. It will not work on the door to Manga's tower, but he did say that it would work on his secret door beneath the streets of Scarabry. Sag ich doch, sewers. In der Kanalisation. An der Tür direkt wird dieser Ebenholz-Schlüssel nicht funktionieren. I also want you to have this book of relics that I have. Choose one so it may help you on your quest. Go now and may you vanquish Manga and his evil void. Ja, geil. Das war der Herr Kylearan, der Magier, der uns jetzt hier wieder mal einen Bonus gibt bzw. ein Artefakt auf uns aussuchen. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, gut. Ich würde sagen, beim nächsten Mal geht es hier weiter, dann geht es wahrscheinlich dann wieder hier raus und rein in die wunderbare Kanalisation. Aber da war doch ein Dämon auf dem... War doch abgebildet, oder? Oder habe ich das übersehen? Gab es da auch einen Ebenholz-Zugang? Ich meine, er hat ja schon gesagt, unterhalb der Stadt. Aber direkt der erste Level, da war doch nichts, oder? Oder war da auf der Ostseite vielleicht was in diesem Kellergewölbe unter dem... unter dem... unter der Taverne? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal. Das werden wir beim nächsten Mal sehen. Wenn es wieder heißt, hoffentlich mal ein bisschen spannendere Regionen als das hier in Ruins and Riches. Dann was zuschauen und was durchhalten und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.